Musik Ja, einen schönen guten Abend und frohe Weihnachten Ihnen allen hier aus Bethlehem. Wir stehen direkt vor der Geburtskirche, die genau über der Grotte steht, in der der Überlieferung nach Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Und ich darf Sie herzlich einladen zu einer musikalischen Reise durch das Heilige Land. Vielleicht ein paar ungewohnte Klänge, die Sie da gerade gehört haben. Aber diese christlichen Pfadfinder, das wissen viele nicht, gehören fest zum weihnachtlichen Zeremoniell hier an diesem Ort, speziell am Heiligabend. Denn Sie holen Jahr für Jahr am 24. Dezember den lateinischen Patriarchen direkt hier an der Stadtgrenze in Bethlehem ab. Und geleiten hier direkt zur Geburtskirche. Wir freuen uns jetzt auf einen schönen musikalischen Abend. Wir freuen uns auf Musiker aus dem Heiligen Land, internationale Stars, viele deutsche Stars, die viele ihrer Stücke in ganz neuen Versionen arrangiert haben. Also Klänge, die sie so noch nicht gehört haben. Und den Anfang machen junge Musiker hier aus Ramallah mit einem der bekanntesten Weihnachtslieder der englischsprachigen Welt, nämlich Joy to the World. Viel Spaß. Musik 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 Das waren die Studenten des Al-Kamandjati-Konservatoriums in Ramallah, die übrigens heute einige der großen Künstler, die wir gleich hören werden, begleiten. Wir freuen uns auf Ray Garvey, Hartmut Engler von PUR oder auch auf Regula Mühlemann, tolle Sopranistin aus der Schweiz. Und ich persönlich freue mich sehr, dass Lina Slevi heute wieder bei uns ist. Lina, hallo, schön, dass du da bist. Freue mich, dich zu sehen. Frohe Weihnachten. Hallo, Markus. Guten Abend, liebe Zuschauer. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Und Eidmila Sa'id. Das war Frohe Weihnachten auf Arabisch. Man muss wissen, Lina ist hier ganz in der Nähe aufgewachsen, in Beit Sahur. Ganz berühmter Ort, der Ort der Hirtenfelder, an dem den Hirten vom Engel die Geburt Christi verkündet worden sein soll. Und ein Ort, der bis heute sehr christlich geprägt ist. Weihnachten ist für euch wichtig, weil du arabische Christin bist, Lina. Ja, Markus, in Beit Sahur, meiner Heimatstadt, sind 80 Prozent der Einwohner Christen. Also, auch da werden wir heute noch sein, werden auch in Jerusalem vorbeischauen. Zuerst aber geht's rein in das Allerheiligste überhaupt, direkt in die Geburtsgrotte. Bethlehems heiligster Ort ist eine enge Felsenhöhle, die spätestens seit dem 2. Jahrhundert als Geburtsstätte Jesu verehrt wird. Ein silberner Stern markiert die Stelle, an der Christus das Licht der Welt erblickt haben soll. Und in der Grotte gleich nebenan soll das Kind neben Ochs und Esel in der Krippe gelegen haben. Darüber erhebt sich die ehrwürdige Basilika. Seit Jahren wird sie aufwendig restauriert. Und jetzt erstrahlen die byzantinischen Goldmosaike aus dem 12. Jahrhundert und auch die Fresken auf den Säulen im neuen Glanz. Wer dieses Heiligtum wann nutzen darf, darüber bestimmen griechisch und armenisch-orthodoxe sowie katholische Mönche gemeinsam. Ein minutiös aufgeteilter Stundenplan verhindert, dass es zum Streit kommt. Er hat sie. Die begehrte Erlaubnis für den Eintritt in die Grotte, einer der beliebtesten Tenöre der Welt, Rolando Villasson. Er singt am Ort der Geburt Christi jenes weltweit bekannte Lied, das genau heute vor 200 Jahren zum ersten Mal in einer kleinen Kirche in Oberndorf bei Salzburg erklang. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar. Halleluja, tönt es laut von fern und nah, Christ, der Retter, ist da, 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 der Retter, ist da, Christ, 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 der Retter, ist da, in deiner Geburt. Rolando, so schön. So schön. Dankeschön. So oft gehört und immer wieder schön. Ja, es ist unglaublich. Diese Melodie hat etwas ganz Besonderes. Ganz Stille, alles ist da, die Ruhigkeit. Aber dann auch diese Explosion. Es ist eine Implosion und eine Explosion, so schön. Und auch so einfach, ne? Zwei Akkorde, drei Akkorde, er lässt er nicht. Genau, es gibt in jeder Sprache. Du hast österreichische Vorfahren. Ja, genau. Was ist das für eine Geschichte? Ja, mein Großvater ist aus Österreich nach Mexiko gekommen. Auch meine Omi, die Mutter von meinem Großvater. Sie habe ich kennengelernt. Und durch sie habe ich wirklich diese Kultur in mein Leben gebracht. Und deswegen bin ich in eine deutsche Schule gegangen, weil sie wollte, dass wir die Sprache lernen und auch etwas von Europa. Genau. Und was bedeutet es dir an so einem Ort hier zu stehen? Ja, das ist ganz besonders. Zum ersten Mal bin ich hier. Zum ganz ersten Mal. Und Spiritualität ist ein großes Abenteuer in meinem Leben. Und natürlich hier zu sein und mit all dem Gewicht, die es hat für Geschichte und für die Leute, die glauben und für die Leute auch, die nicht glauben. Es ist ganz stark. Das ist ein interessanter Punkt. Ich finde auch, auch wenn man nicht unbedingt gläubig ist. Aber der Magie dieses Ortes hier kann man sich sehr schwer entziehen. Ja. Es ist etwas, die man füllt sofort. Man kommt rein. Und ich möchte sagen, hier zu singen, es ist und somit… Es bewegend, ja. Es hat etwas ganz Besonderes. Und man spürt, dass es sehr, sehr alt ist, dass es eine lange Geschichte hat. Ja. Und es gibt noch so einen schönen Ort hier, östlich von Bethlehem. Einen ganz einfachen Ort, aber ein sehr bewegender Ort, weil sich eine schöne Geschichte dahinter verbirgt. Und einer der schönsten Sätze überhaupt im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium heißt es, und es waren Hirten in derselben Nacht auf dem Felde bei den Hürden und die hüteten des Nachts die Herde. Und da gehen wir jetzt hin. Und genau das soll in Beit Sahur geschehen sein. Dort lebten in der Antike Hirten, die die Felshöhlen als Stelle für ihre Tiere nutzten. Bei Lukas heißt es weiter, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Man muss nicht besonders bibelfest sein, um diese Zeilen wieder zu erkennen und sogar mitsprechen zu können. Tausende Pilger aus aller Welt kommen Jahr für Jahr hierher, um diese heiligen Städten zu besuchen. Und heute macht sich auch ein junger Ausnahmegeiger auf den Weg. Daniel Lutzakowitsch ist gerade mal 17 Jahre alt und spielt mit renommierten Orchestern auf der ganzen Welt. Mit sechs Jahren hat er die Violine für sich entdeckt. Auslöser war ein Violinkonzert von Bach. Daniel sagt, die Musik von Bach entführt dich in eine andere Welt, manchmal sogar in den Himmel. Wir lassen uns gerne entführen und hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Violinkonzert Nummer 2 von Johann Sebastian Bach. Hier ist, unterstützt von Musikern des Alkamanjati Studentenorchesters, Daniel Lutzakowitsch. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schön. Hartmut, freu mich, dich hier zu sehen. Was für eine Überraschung. Danke euch ganz, ganz herzlich. Schönes Lied, richtiger Ohrwurm. Maja und Munda, die auch mitgemacht haben, vom Al-Kamandjati-Orchester. Was ist das für eine Zusammenarbeit mit Musikern, die aus einer ganz anderen Welt kommen? Ja, das macht Spaß. Die Songs klingen anders, die Instrumente klingen anders. Das ist schon hochinteressant. Und überhaupt eine wahnsinnige Welt. Wir hören gerade den Murzin im Hintergrund. Kirchenglocken läuten. Warst du schon mal hier auf der Ecke? Du hast sehr schnell zugesagt, dass wir dich gefragt haben. Ja, weil ich noch nie hier war und weil das spannend ist. Und weil ich genau weiß, dass meine Eltern wahnsinnig stolz auf mich wären, wenn sie das jetzt mitkriegen würden. Weihnachten natürlich war ein Kernthema bei uns zu Hause auch. Und der Murzin, der hat mich auch heute Nacht im Hotel begleitet. Durchaus ungewöhnlich. Schlaflos im Bett. Ja, der Murzin, der hält dich wahrscheinlich die ganze Nacht. Das ist ein faszinierender Ort. Und für uns als Menschen, die ja christlich geprägt sind, sowieso einer der wichtigsten Orte überhaupt. So auf eine komische Art und Weise auch alle sehr vertraut. Geht dir das auch so? Ja, man weiß irgendwie ja nicht genau, wo Legende und wirkliche Geschichte sich da vermengen. Ja. Und das ist ja alles so ein unglaublicher Mix von vielen Eindrücken. Wenn man hier über die ganzen Täler schaut, ich wusste auch nicht, wie extrem hügelig das ist gestern Nacht. Wie kalt es auch wird. Wie kalt es auch jetzt werden kann. Und ja, das ist schon etwas, was einen sehr beeindruckt. Stimmt es, dass der erste Probenraum von PUR im Keller einer Kirche war? In der Tat. Pauluskirche in Wiedigheim. Der Rudi, unser Gitarrist, als er in die Band kam, der hatte diesen Proberaum mit der Band davor schon. Und da haben wir geprobt, dreimal die Woche abends. Und die Bezahlung war dann quasi, dass die Band bei der Konfirmation an den Sonntagen den Kirchenchor und den Kinderchor auch begleitet hat. Feierst du ganz traditionell Weihnachten? Mhm. Mit Baum und allem drum und dran. Und die Kinder kommen dann. Und inzwischen, Mama und Papa sind nicht mehr, aber mein großer Bruder, meine große Schwester. Wir scharen dann so die ganzen Kinder und Enkel. Also, Hartmann, danke dir sehr. Lina Slewi, haben wir schon erlebt, kennengelernt. Und erleben wir jetzt nochmal mit einem Hymnus an Maria in arabischer Sprache. Das klingt wirklich faszinierend. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, in der sogenannten Milchgrotte. Auf der Flucht vor den Häschern des Königs Herodes, der den Befehl gegeben hatte, alle Säuglinge des Landes zu töten, sollen sich Maria und Josef in eben dieser Grotte versteckt haben. Als Maria beim Stillen ihres Sohnes einen Tropfen Milch verlor, sollen sich die Wände der Grotte weiß gefärbt haben. Soweit die Überlieferung. Viele Pilger kommen hierher. Das Gestein der Grotte, zermahlen und mit Wasser getrunken, soll bei unerfüllten Kinderwünschen helfen. Und in eben dieser Milchgrotte singt jetzt Lina Slewi und wird dabei unterstützt vom Chor der Schmidt Schule in Jerusalem, einer deutschen Schule, an der arabische Mädchen unterrichtet werden. Antonin des Möller Ja, Maryam, Bicrufukte Janss zone Kamar Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf dem Ölberg direkt gegenüber der Altstadt von Jerusalem findet sich ein schöner Beleg dafür, wie nah im Heiligen Land die Städten unterschiedlicher Religionen beieinander liegen. An der höchsten Stelle steht die Himmelfahrtskapelle, direkt neben der Himmelfahrtsmoschee. Der Ort, an dem Jesus in den Himmel aufgefahren sein soll, wird von Muslimen und Christen gleichermaßen verehrt. Die Himmelfahrtskapelle aus der Kreuzfahrerzeit schützt den Heiligen Ort. Mit ein bisschen Fantasie kann man im Inneren den Abdruck eines menschlichen Fußes entdecken, laut der Überlieferung der rechte Fuß von Jesus Christus. In dieser schlichten, achteckigen Anlage erwartet uns jetzt ein herausragender Solist, Andreas Ottensamer. Der Vater, Klarinettist. Der ältere Bruder, Klarinettist. Was macht also der Jüngste? Er konzentriert sich erstmal aufs Cello, um dann doch bei der Klarinette zu landen. Andreas Ottensamer ist seit sieben Jahren Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker und als Solist weltweit gefragt. Kommt gerade von umjubelten Auftritten in Japan und Südkorea zurück und spielt für uns jetzt hier in Jerusalem den zweiten Satz aus dem ersten Klarinettenkonzert von Karl Maria von Weber. Andreas Ottensamer 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind zurück in Bethlehem, hier in der Katharinenkirche, die direkt Wand an Wand sozusagen an die Geburtskirche angrenzt. Und wir erleben jetzt hier einen, der offiziell und seinem Pass nach immer noch irre ist, den aber die Deutschen in Wahrheit längst adoptiert haben, nämlich Ray Garvey gemeinsam mit seiner Schwester Max. Und wir werden hören ein sehr berührendes Stück, das eine wahre Begebenheit, eine wahre Geschichte beschreibt. Ray Garvey als Kind, sehr schwer erkrankt, beschreibt seinen Vater, der auch in dieser schweren Zeit die Zuversicht und die Hoffnung niemals aufgegeben hat. Hier also Ray Garvey und Max mit Candlelight. You helped this for the first time in your life. You bowed and prayed to God to make this right. Because your heart's in the middle and pain to see the same thing ever happened to me. I hope I have the same strength as you. Maybe I never took the time to tell you what you said that night was all I needed to be here to pull me through. You said, oh, my son, don't give up so easy. Oh, my son, do this thing to please me. Oh, my son, all I ask is you survive. Hey! Yeah! Survive, move further from the candlelight. Keep those crims rerebeats by your side. The ones I gave to you. You help this for the first time in your life. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wilhelm weihte damals die Erlöserkirche ein und war auch treibende Kraft hinter mehreren anderen Kirchenbauten, wie der Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg. Ganz offensichtlich wollte der deutsche Kaiser sicherstellen, dass auch die Protestanten im Heiligen Land unübersehbare Präsenz zeigen. Die Glocken der Himmelfahrtskirche, 1910 in der Polder in Thüringen gegossen, sollten weithin zu hören sein. In dieser wilhelminischen Himmelfahrtskirche singen jetzt Lina Slebi und der Chor der Schmidtschule ein ganz besonderes Gloria auf Deutsch und Arabisch, begleitet von Andreas Ottensamer und dem Al-Kamandjati-Studentenorchester. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Glorio in excelsis Deo Glorio in excelsis Deo Glorio in excelsis Deo Sehr schön! Schöne Verbindung, finde ich, ne? Aus Orient und Okzident und dazwischen Lina und Andreas. Toll! Ungewohnte Klänge wahrscheinlich auch für dich, oder? Absolut, aber wirklich ne schöne Stimmung. Unbedingt. Lina, kannst du uns mal ein paar zumindest dieser sehr für uns exotischen Instrumente erklären? Can you explain some of these instruments? Das ist die Nye, ein arabisches Blasinstrument mit sieben Löchern. Und hier ist die Oud, die Laute. Ihre Ursprünge liegen 5000 Jahre zurück. Da wird dir was einfallen, ne? Ja, das ist unfassbar, wie man sofort in so eine Stimmung, in so eine Welt kommt. Genau. Aber das ist das Schöne an Musik überhaupt, oder? Du, Klarinette, Andreas. Auch ungewöhnliches Instrument, finde ich, ne? Man denkt an Klavier, man denkt an alles Mögliche. Klarinette eher exotisch, finde ich. Ist dann schon eigentlich fast ein Randinstrument auf der solistischen Bühne. Ja, aber ich liebe die Klarinette. Also, wenn es einer richtig kann, so wie du, dieses Weiche, Schöne, was so eine Klarinette hat, das ist großartig. Dein Papa Klarinettist gewesen, dein Bruder bei den Wiener Philharmonikern, du bei den Berliner. Das heißt, Weihnachten bei euch zu Hause immer Hausmusik? Absolut, ja. Wir waren nicht sehr einfallsreich mit der Instrumentenauswahl. Drei Klarinetten, ja. Ja, aber es ist schön. Also, genau wie du sagst, das war für mich auch, ich meine, als Kind ist es nicht so klar, dieser Gedanke, aber dieses Warme, Wohlige und Gesangliche, das hat mich immer zu dem Instrument gezogen. Ganz große Kunst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Und wir gehen jetzt über die Dächer sozusagen von Jerusalem. Merry Christmas, kennt ihr möglicherweise, ganz berühmter Weihnachtsfilm. Und es ist ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, im Ersten Weltkrieg vereinbaren, am 24. Dezember französische und deutsche Soldaten, dass an Heiligabend die Waffen schweigen sollen und es hält sich auch jeder daran. Ein besonders berührendes Stück daraus hat sich jetzt Regula Mühlemann gewünscht, nämlich das Ave Maria. Bitteschön. Ave Maria. Ave Maria. ZANG EN MUZIEK 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 Wünsch mir was, und ein kleiner Junge nimmt mich an die Hand. Er winkt mir zu und grinst, komm hier weg, komm hier raus, komm ich zeig dir was, das du verlernt hast, vor lauter Verstand. Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir Land, das Abenteuerland. Neue Form verspielt und wild, die Wolken malen ein Bild. Der Wind pfeift dazu dieses Lied, in dem sich jeder Wunsch erfüllt. Ich erfinde, verwandle mit Zauberkraft, die Armee, der Zeigefinger brüllt. Du spinnst, ich streck den Finger aus, ich verhänse, verbanne, ich hab die Macht. Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir Land, das Abenteuerland. Wir sind in der Zwischenzeit im Westjordanland angekommen. Dort steht das Herodium, eine imposante Festungs- und Palastanlage von Herodes dem Großen. An klaren Tagen reicht der Blick vom historischen Festungsring bis nach Jerusalem und Bethlehem. Damit das möglich ist, hat Herodes den Hügel beim Bau um ein Drittel aufstocken lassen. Im Inneren des Berges finden sich die Überreste eines mit allen Raffinessen ausgestatteten Luxuspalastes. Säulenhallen, Festsäle, Thermen. Hier präsentiert Rolando Villasson ein Weihnachtslied, das weltweit als Oh Holy Night bekannt ist. Rolando lebt seit 20 Jahren in Paris, seiner zweiten Heimat, und hat sich deshalb für das französische Original entschieden. Der Komponist persönlich hat sein Lied, ein bisschen unbescheiden, als die religiöse Marseillais bezeichnet. Minuit Chrétien. Säulenhallen, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020